Als das Kuratorium Judith Butler als 13. Trägerin des Theodor V. Adorno-Preises bestimmte, sollte eine bedeutende Philosophin geirrt werden. Von Politik war keine Rede. Kurz vor der Preisverleihung ist es genau umgekehrt. Jetzt geht es nur noch um Politik, um die islamistischen Organisationen Hamas und Hisbollah, um einen Boykott israelischer Waren und um die Frage, welche Position die amerikanische Philosophin Judith Butler dazu einnimmt. Sie wurde heftig angegriffen, als bekennende Israel-Hasserin bezeichnet, als Antisemitin, nicht würdig, einen nach dem Philosophen Adorno benannten Preis zu erhalten. Die Angegriffene reagierte mit einer Stellungnahme. Vor einigen Jahren wurde ich während eines akademischen Vortrags aus dem Publikum herausgefragt, ob Hamas und Hisbollah meiner Ansicht nach Teil der globalen Linken seien. Worauf ich antwortete, die genannten politischen Organisationen verstünden sich als antiimperialistisch und Antiimperialismus sei ein Merkmal der globalen Linken, sodass man sie vor diesem Hintergrund als Teil der globalen Linken beschreiben könnte. Meine Bemerkungen zu Hamas und Hisbollah wurden aus dem Zusammenhang gerissen. Die Vorwürfe also seien, so Judith Butler, verleumderisch und haltlos. Aber sie konnte ihre Kritiker nicht besänftigen. Salomon Korn, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Frankfurt und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland? Selbstverständlich, denke ich, ist es doch für jeden einsichtig, dass wenn man Terrororganisationen wie Hamas und Hisbollah, die Israel von der Landkarte tilgen möchten, als Teil der globalen Linken bezeichnet sie in gewisser Weise Adelt. Es handelt sich hier um eine Bewegung, die sogar innerhalb ihrer eigenen Reihen Frauen unterdrückt, die die Scharia eingeführt hat, die also gegen alles steht, was wir unter westlichen demokratischen Werten verstehen. Also das zeugt doch von einer sehr weltfremden, einseitigen und einäugigen Sicht von Frau Butler. Die Argumente der jüdischen Seite wurden diskutiert, doch das Kuratorium verteidigte die eigene Entscheidung. Judith Butler selber sprach von einer Denunziation ihrer Person. Doch Stefan Kramer, Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, zeigte sich unversöhnlich und legte nach. Er empörte sich über Butlers scheinheilige Erklärung wie ihre fortgesetzte Verharmlosung islamistischer Terrororganisationen. Er nahm ebenfalls Butlers Unterstützung einer Organisation ins Visier, die zum Boykott israelischer Waren auffordert. Zu diesen Vorwürfen und ihren politischen Positionen meint Felix Semmelroth, Frankfurter Kulturdezernent und Mitglied des Preiskuratoriums. Sie waren mir nicht bekannt. Frau Butler hat es ja auch inzwischen relativiert, etwa die Aussagen zu Hamas und die Spoiler. Ihre Aussage und ihre Unterstützung des Boykotts israelischer Einrichtungen halte ich persönlich für falsch. Aber es entwertet nicht ihr philosophisches und wissenschaftliches Werk. Die Vertreter der jüdischen Gemeinde werden der Preisverleihung in der Paulskirche fernbleiben. Salomon Korn Letztlich sind, auch wenn sie jetzt versucht, die Position zu glätten oder das eine oder andere zu soften, eigentlich sind die Positionen unüberbrückbar und ich sehe keine Möglichkeit, im Augenblick zumindest nicht nach ihren letzten Äußerungen, für eine Annäherung. Zeitgleich zur Verleihung soll eine Gegenkundgebung stattfinden, die von einer jüdischen Spittergruppe initiiert wird. Und unter dem Motto steht, kein Adorno-Preis für Judith Butler. Felix Semmelroth Es ist eine Auseinandersetzung, wie ich finde, wie sie eine Demokratie ertragen können muss. Es ist schwer vorstellbar, dass die heftigen politischen Debatten keine Rolle in den Reden spielen werden, die am Tag von Theodor W. Adornos Geburtstag in der Paulskirche gehalten werden. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017